Update Medien heute mit den ersten Gewinnzahlen von, nicht von Lotto, von Twitter. Also Twitter hat zum ersten Mal Gewinn geschrieben. Red Dead Redemption 2 spielt heute auch eine Rolle und wir beschäftigen uns mal wieder mit YouTube. Das alles jetzt. Genau, wir beschäftigen uns mal wieder mit YouTube, aber bevor wir das machen, begrüße ich euch ganz herzlich zu Update Medien am heutigen Samstag, den 10. Februar 2018, der 401. Ausgabe von Update Generell. Gestern gab es ein kleines Jubiläum zu feiern, also noch 99 bis zur magischen 500. Beginnen wir aber nicht mit Geburtstag, sondern mit einer, ich weiß gar nicht, wie man das sagen muss, mit einer Meldung, die ihn, glaube ich, selbst schocken würde, aber für uns, glaube ich, geradewegs für die, die ja von diesen Änderungen, die durch ihn gemacht wurden, wahrscheinlich eher erfreuen. Es geht um Logan Paul. So, dann wissen jetzt schon, glaube ich, direkt viele, die mit YouTube was zu tun haben, sprich selbst Creator sind, so wie meine Wenigkeit oder halt, keine Ahnung, ihn gern gucken in Deutschland oder in Österreich oder sonst in deutschsprachigen Teilen, beziehungsweise Deutsche, die wahrscheinlich auch in USA wohl, keine Ahnung, der hat viele Fans, der hat ja 16 Millionen Abonnenten, hat er. Und er hat ja Aufsehen erregt mit einem Video, was er ja um den Jahreswechsel hinrum ja hochgeladen hat, war mit Freunden in einem japanischen Wald, der auch als Selbstmordwald bekannt ist und hat dann entsprechend eine Leiche gefilmt, ohne sie entsprechend richtig zu zensieren. Bedeutet nur das Gesicht zensiert, der Rest der Leiche war zu sehen. Generell musste er das Video löschen. YouTube hat seine Richtlinien geändert. In gut zehn Tagen sind wir ja unseren Partnerstatus los, weil wir mindestens 4000 Stunden Viewtime in den letzten zwölf Monaten haben müssen für unsere Videos und 1000 Abonnenten. Beides haben wir nicht erfüllt, deswegen verlieren wir in gut zehn Tagen unseren Partnerstatus, deswegen ihr auch jetzt schon seit gut drei, vier Wochen keine Werbung mehr bei uns seht, wenn diese Videos beginnen, beziehungsweise währenddessen, wenn sie etwas länger sind. Nun ist es etwas still um ihn geworden und in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten Tagen ist wieder was von ihm hochgekommen. Er hat sich wieder gemeldet, über Twitter gab es einen Tweet, beziehungsweise eine kurze Meldung über sein neues Video und selbst auf seinem YouTube-Kanal ist auch etwas entstanden, nämlich ein neues Video. Ob er was daraus gelernt hat? Wohl nicht, das könnten wir auch so sagen. Generell aber ist nun Folgendes passiert bei Logan Paul und deswegen kommen wir jetzt zur eigentlichen News. Er hat nämlich, ähm, ist auch aus dem Partnerprogramm so gesehen geflogen, denn, ähm, er verliert seine YouTube-Einnahmen, kann man nämlich so sagen, denn, ähm, er ist ja schon aus dem Werbeprogramm im Januar geschmissen worden. Außerdem hat man ihm nun auch den kompletten Geldhahn zugedreht, bedeutet, es werden keine Anzeigen mehr geschaltet, wird keine Werbung mehr geschaltet. Bei ihm in einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin The Verge hat ein Sprecher von YouTube die Entscheidung so gesagt, Zitat, nach sorgfältigen Überlegungen haben wir uns entschlossen, die Anzeigen vorübergehend für Logan Pauls YouTube-Kanälen zu sperren. Es ist keine Entscheidung, die uns leicht gefallen ist. Na, dem würde sie auch leicht fallen. Ähm, äh, wir glauben aber, dass sein Kanal aufgrund seines Verhaltens in den Videos nicht nur für Werbe, äh, Werbe ungeeignet ist, sondern auch möglicherweise auch schädlich für die breite Creator-Community. Und die ist auch, und das sage ich jetzt hier ohne eigene Meinung sagen zu wollen, sie ist auch schädlich. Denn man muss verstehen, der Typ hat dafür gesorgt, dass kleinere YouTube-Creator, so wie wir, die eigentlich mehr Abos verdient hätten und auch mehr Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr von dem YouTube-Kuchen, ähm, kriegen nix mehr davon ab. In 10 Tagen ungefähr, also Ende Februar, verlieren wir unseren Partner-Status, ähm, wenn wir ihn überhaupt verlieren sollten. Also, wenn ihr gerne, wenn ihr jetzt dieses Video sieht und uns noch nicht abonniert habt, es gibt da unten irgendwo einen roten Button, wo Abonnieren steht, klickt mal drauf. Wir würden uns freuen, wir sind ja sowieso schon der 300 etwas näher als den 1000. Und, ähm, zum Beispiel, ähm, soll laut YouTube nämlich Logan Paul unter anderem auch, äh, in einem Video andere Personen dazu aufgefordert haben, zum Beispiel an gefährliche, an der gefährlichen Tide-Pod-Challenge teilzunehmen. Und, ähm, hat auch in einem Clip Scherze über Tierquälereien gemacht. Ich weiß ja nicht, was in dem Typ vorgeht, aber er muss von den Dingen, die er nimmt, weniger nehmen, damit er mal auch gescheite Videos macht. Und, ähm, das nur so, nur nebenbei. Trotzdem wurde er von Nutzern auch scharf kritisiert und etwa auch, ähm, auch ein Video, in dem Paul mit seinen Freunden durch die Straßen von Tokio herumspaziert und Menschen dabei und Kultur auch lustig macht und gefährliche Späße im Straßenverkehr treibt. Klar, solche Videos bringen halt Klicks, aber trotzdem, man spielt nicht mit dem Leben bzw. auch mit dem Leben anderer Leute und nicht nur, ähm, ja, man tut das in dem, äh, trotzdem schon, indem man die Leute dazu zwingt, quasi auf dieses Video zu klicken, um zu gucken, was passiert, ne? Also man wünscht dann entsprechend sich dem, äh, dem YouTuber wahrscheinlich auch den Tod. Wer weiß es? Ich hab keine Ahnung. Ich kann's nicht genau sagen. Generell wird er im Monat nun Einnahmen von, jetzt kommt's, 1,2 Millionen US-Dollar verlieren bei 16 Millionen Abonnenten. Das ist schon eine Menge. Und, ähm, wie lange diese Sperre nun bleiben wird, das ist nicht bekannt. Generell, ähm, eine gute Maßnahme, die wahrscheinlich YouTube dort trägt, das finden wahrscheinlich auch viele andere, ähm, den ich dazu was sagen dürfte. Ja, ich finde es auch gut. So, um mal dieses Thema Logan Paul mal wieder zu rekapitulieren bzw. auch generell mal, äh, auch sein zu lassen. Das muss auch mal sein. Eure Meinung gerne dazu, warum generell nicht die Kanäle von Logan Paul vielleicht sogar nicht noch gesperrt werden sollte oder so. Schreibt's ruhig gerne in die Kommentare oder schreibt mir auch ruhig gerne rein, warum er eigentlich gut für YouTube sein sollte. Es gibt verschiedene Meinungen, jede ist hier willkommen, außer Beleidigungen, die sind sofort weg. Das, äh, ist man so machen. Ja, wenn man will. Egal. Eure Meinung zu Logan Paul und zu dieser Sache gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Nun von YouTube weg hinüber zu einem Spiel, was, glaube ich, viele Fans schon lange erwarten. Und zwar nicht geht's um Red Dead Redemption 2. Ursprünglich sollte es schon im letzten Jahr erscheinen. Und, ähm, ja, es ist immer noch nicht draußen. Nun hieß es irgendwann mal im Frühjahr dieses Jahres. Nun hat Rockstar Games, ähm, nun wieder den Termin verschoben. Aber diesmal gibt es einen offiziellen Termin, einen offiziellen Release-Termin. Und zwar nämlich ist es der 26. Oktober 2018. Da soll Red Dead Redemption 2 für die Playstation 4 und für die Xbox One endlich erscheinen. Ähm, Take-Two-Chef Strauß-Zellenick sagte in einer jüngsten Investorenkonferenz, dass das auch der endgültige Termin ist. Also, man wird nicht wieder irgendwie nach zwei Monaten sagen, okay, wir müssen wieder verschieben. Das wollen die diesmal nicht. Das Datum ist nun fest. Er sei sich aber auch sicher, dass der Erscheinung-Termin des Western-Spiels diesmal auch in trockenen Tüchern sei. Also, wie ich es ja schon gesagt habe, er ist sich definitiv sicher, dass es halt so sein wird. Das Datum des 26. Oktober, Zitat, ist festgelegt. Und ich bin mir zuversichtlich, dass dies auch der Release-Termin für Red Dead Redemption 2 sein wird. Wir freuen uns sehr darüber, so heißt es. Als Grund für die Verschiebung nannte Rockstar Games unter anderem die noch etwas nötige Zeit für dieses Spiel, für den nötigen Feinschliff, so wie es so schön heißt. Und dass es nun halt nicht an Weihnachten rausgekommen ist, sieht auch Selnek als Vorteil an, da die Leute auch schon bereit seien, zu dieser Zeit mehr Geld auszugeben. Zum Beispiel auch für die mögliche Konkurrenz durch Battlefield 2018 und Call of Duty 2018. Also im Moment Arbeitstitel, die auch in diesem Jahr erscheinen soll, so machte sich auch der Take-Two-Chef keine Sorgen darüber, dass das eventueller Weise schlecht sein könnte. Eher wohl gut, könnte man meinen. Aber trotzdem, heute gibt es noch sehr viel weniger Wettbewerb als damals vor zehn Jahren zum Beispiel. Das sagte Selnek ebenfalls noch. Weitere Details zu Red Dead Redemption 2 sind aber nicht da, denn es soll von Rockstar Games aus einen Gameplay-Trailer bald geben. Wahrscheinlich bald. Wahrscheinlich aber wohl auch zur E3, die ja noch weit hinweg ist, in gut vier Monaten. Und es ist ein Leak aufgetaucht, wo vor einigen Tagen nämlich angeblich Infos zum Gameplay rausgekommen sind. Und auch die Multiplayer-Komponente Red Dead Redemption 2 online auftaucht. Hui, also Online-Möglichkeiten bei Red Dead Redemption 2 soll es auch geben. Außerdem soll es einen Battle Royale-Modus geben. Der ist ja heutzutage so in. Grüße damit an Fortnite, PUBG und Co. Ja, das Ganze wird wie schon gesagt nur für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine PC-Version ist nicht in Planung. Also, ja, da würde, glaube ich, der Battle Royale-Modus, der ja in dem sogenannten League drin war, wahrscheinlich gut glänzen. Aber ist wahrscheinlich nicht so. Freut ihr euch auf Red Dead Redemption 2? Wenn ja, schreibt es mal ruhig gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Und gleich kommen wir zu Twitter. Und die haben nämlich eine sehr gute Nachricht hinterlassen. Denn im letzten Quartal hat das soziale Netzwerk endlich mal zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte einen Gewinn gemacht. Und wie hoch der ist und ob er wirklich so groß ist, wie mein Euro-Jackpot-Gewinn von gestern, das erzähle ich euch gleich. Jetzt gibt es erst mal weitere Meldungen aus dieser Woche aus dem Bereich Medien und Games. Das ist dann nämlich in den News der Woche. Und wir beginnen mit Activision Blizzard, mit einer ganz kurzen Meldung von Activision Blizzard. Da sieht man nämlich Geld eingeblendet. Es geht nämlich um die Einnahmen. Durch Mikro-Tragens-Aktion alleine hat Activision Blizzard nämlich im letzten Jahr vier Milliarden Dollar verdient. Alleine durch die Spiele von Call of Duty, Destiny 2 und auch der mobilen Spiele von King ist der Gewinn so hoch, der Umsatz so hoch gegangen. Also da kann man wirklich mal wieder sagen, das ist ein großer Rekord für Activision Blizzard. Das hier ist eine Stadt mit dem Namen Los Angeles und dort findet immer im Sommer, im frühen Sommer jedes Jahr die E3 statt. Damit eine gute Überleitung, denn nächste Woche, besser gesagt ab Montag, geht der Ticketverkauf für die Spielemesse in Los Angeles los. Die ersten 1000 Tickets sind für Normalkäufer verfügbar. Die kosten um den Dreh 150 US-Dollar. Sind diese 1000 vergriffen, so können natürlich die Veranstalter dann 100 Dollar mehr verlangen und sie kosten dann 250 US-Dollar. In diesem Jahr findet die E3 nämlich vom 12. bis zum 14. Juni in Los Angeles statt. Ja, wer nämlich nicht nur für ein Ticket, also für einen Tag ein Ticket ausgeben möchte und gerne dort die ganze Woche in Los Angeles verbringen möchte und geradewegs nicht für die Games-Branche arbeitet, der muss sehr tief in die Tasche greifen. Ein Business-Ticket kostet unter anderem 1000 Dollar, knapp 1000 Dollar. Im letzten Jahr wurde die E3 nach Jahren wieder für die normalen Besucher geöffnet. Insgesamt wurden damals 15.000 Tickets verkauft. Und dann geht es um die Printmedien, maßnahmsweise, damit wir von Games ein bisschen wegkommen. Der Herausgeber des Handelsblattes, nämlich Gabor Steingart, muss das Wirtschaftsblatt verlassen. Nach einer scharfen Kritik gegen den noch amtierenden SPD-Vorsitzenden Martin Schulz, nämlich das hat der Verleger Dieter von Holzbrink dem 55-Jährigen mitgeteilt. Das meldete, das berichtete oder das teilte auch die DVH-Medien GmbH mit. Steingart hatte nämlich am Mittwoch in seinem Newsletter mit der Überschrift Der perfekte Mord geschrieben. Dort schrieb er nämlich, dass Schulz Sigmar Gabriel zur Strecke bringen wollte, um selbst Außenminister zu werden. Dies war der Handelsblatt-Führung wohl deutlich zu übertrieben. Naja, wie wir jetzt wissen, Martin Schulz wird nicht Außenminister und Gabor Steingart ist sein Job. Los! Soviel dazu. Also zwei Arbeitslose mehr. Klingt ein bisschen fies, ich weiß, dafür entschuldige ich mich. Tut mir leid. Soviel dann zu den News der Woche. Mehr News wie immer auf dierschotv.de. Und nun kommen wir zu Twitter. Ja, Twitter hat nämlich in diesem, beziehungsweise Twitter hat, wenn es um Gewinn und Umsatz geht, ist es ein bisschen schwer als soziales Netzwerk, denn man muss sich fragen, so ein soziales Netzwerk, wo man jetzt 280 Zeichen schreiben kann und wo man kaum Werbung sieht, beziehungsweise gesponserte Sachen, muss man sich eigentlich fragen, wie kann man denn damit Geld verdienen? Ganz einfach, man schaltet Werbung, aber auch so, dass es nicht nach Werbung aussieht. Generell hat Twitter auch, seitdem es an der Börse ist, auch keine guten Zeiten gehabt bis Donnerstag, denn da wurden dann die Geschäftszahlen veröffentlicht am letzten Donnerstag und es ist kaum zu fassen, Twitter hat im vergangenen Quartal, also im letzten Quartal 2017 einen Gewinn von 91 Millionen US-Dollar eingefahren. Ja, damit hat es Twitter zum ersten Mal überhaupt in seiner Unternehmensgeschichte es endlich aus den roten Zahlen geschafft. Dies gelang aber auch wohl, obwohl auch nur der Umsatz leicht gestiegen ist, um zwei Prozent auf 732 Millionen US-Dollar. Nach diesen Meldungen ist die Aktie von Twitter an den US-Börsen um 20 Prozent nach oben gegangen und damit war es dann auch der beste Wert seit August 2015. Also seit mehr als zwei Jahren war die Twitter-Aktie richtig schlecht drauf. Wer nun Aktien von Twitter besitzt, der kann sich freuen. Also ich habe keine, deswegen mache ich nicht so, sondern freue mich für die Anleger, die Twitter-Aktien haben. Und es hat wirklich lange gedauert, damit Twitter da auch richtig rankommen kann. Aber trotzdem für Twitter wird es halt auch generell ein bisschen schwer, das auch wahrscheinlich halten zu können. Das erste Quartal 2018, es ist jetzt quasi in seiner Halbzeit, wir haben jetzt Februar, da ist es ja so langsam auch halbzeitmäßig zu sehen. Das Quartal endet ja Ende März erst. Und ja, bei den Nutzerzahlen, da blieb es etwas, ja, da hat sich nicht so viel verändert. Es stagnierte so ein bisschen. Im vergangenen Quartal waren nämlich 330 Millionen Menschen bei Twitter angemeldet. Und ja, das ist eine Menge und ist aber noch lange nicht bei den Milliarden, die eine Milliarde, die ja Facebook unter anderem hat, auch ein bekanntes soziales Netzwerk. Was wir im Übrigen auch zu Twitter sagen können, ist, seitdem wir seit dieser Woche unsere News des Tages ja haben, die von Montag bis Freitag laufen, also wenn ihr euch wundert, wo die News des Tages heute an diesem Samstag sind, die gehen nur von Montag bis Freitag. Dort werden wir nämlich auf Twitter immer wieder die einzelnen Meldungen nämlich verbreiten beziehungsweise euch darauf hinweisen mit dem Hashtag News des Tages und der Meldung von der entsprechenden Uhrzeit, die wir geschrieben haben. Das nur so als kurzer Hinweis, auch noch deswegen, dass es bei uns jetzt heißt auch Twitter first, Facebook second und YouTube überall first. Ja, damit sind wir auch am Ende mit unseren kleinen News für heute. Recht kurz heute die Sendung. Warum auch nicht? So viel gab es halt auch nicht zu bereden beziehungsweise mal vom Fernsehen aus gesehen, dass es jetzt halt nur quotenmäßig gab, wie zum Beispiel das Ding des Jahres, was gestern gestartet ist mit Stefan Raab als Produzent. Worauf ich gerne hinweisen möchte, ist auf den App-Check. Ihr habt es gesehen, wir haben gestern erst geschrieben und das noch in den News des Tages, dass der App-Check heute ausfallen würde. Nun haben wir in einer ganz neuen Form gefunden, ganz neuen Form den App-Check präsentiert. Wenn ihr noch nicht angeguckt habt, könnt ihr das auf unserem YouTube-Kanal, aber auch auf unserer Homepage derjo.tv.de selbstverständlich machen. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen, auch über eure Meinung über die neue Version des App-Checks. Die ist jetzt ganz anders als natürlich vorher, das muss man auch so sagen. Und seit gut zwei Stunden, 15 Minuten wahrscheinlich, läuft nämlich gerade der 33-Stunden-Stream von Nerdstar TV. Die lieben Kollegen aus Bielefeld feiern heute ihren ersten Sendegeburtstag und da Glück wünschen wir euch ganz herzlich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es macht Spaß, euch nicht nur bei der Arbeit zuzugucken und zu denken, Scheiße, die machen sie besser als ich. Die machen es ja auch beruflich, ich ja nicht, das ist mein Hobby. Und es macht auch Spaß mit euch halt, die ganzen Sachen auch, also euch zuzusehen bei den Sachen, die ihr macht, aber halt auch mit euch mal darüber zu reden, das macht auch eine Menge Spaß. Und wer dazu was wissen will zu Nerdstar, wir haben da mal einen Podcast aufgenommen. Apropos Podcast, nächste Woche erscheint der Podcast auf Mixcloud und bei einer Vision in der Mediathek. Das auch nochmal als kurze Info und zur News des Tages habe ich schon was gesagt. Seit Montag dieser Woche haben wir einen News-Ticker auf unserer Homepage, derchotv.de, von Montag bis Freitag, von Montagmorgen bis, äh, von Montagmorgen, von morgens bis nachts gibt es dort News kurz und kompakt, weswegen dann auch die Activision Blizzard-Meldung von den News der Woche ganz kurz nur war. Ähm, das unter anderem ist auch so ein Experiment, was wir hier machen wollen. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich bemerkt, ähm, seit Donnerstag sieht auch unser Design ein bisschen anders aus. Es wird da, ähm, es gab jetzt halt minimale, minimale Änderungen. Wir haben quasi unseren, wie ihr sehen könnt hier, unseren neuen alten News-Ticker wieder rausgekramt. Der sieht ein bisschen anders aus als der, nicht nur der bisherige, sondern der davor. Und, äh, auch die Grafiken haben sich ein bisschen verändert, aber das wird sich noch bis zum Relaunch, also bis zum fünften, also Relaunch ist das nicht. Es ist jetzt einfach nur eine, äh, kleine Optimierung. Die nächste Optimierung werdet ihr öffentlich sehen, und zwar nämlich das Studio. Ja, das heißt, dieser Hintergrund wird sich bald komplett ändern. Falls ihr den Games-Livestream am Donnerstag gesehen habt, wisst ihr, von was ich rede. Nun gut, damit habe ich fast die 20 Minuten voll gemacht, ähm, und wünsche euch nun einen schönen Samstagmorgen dann. Wie immer an dieser Stelle gibt es dann Update Sport um 15 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Und, ähm, ja, Bundesliga und die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Die Winterspiele laufen seit gestern, und wir freuen uns darüber auch, vielleicht über deutsche Medaillen berichten zu können. Das wird nun Thema bei uns sein. Bis dahin wünsche ich euch erst noch einen schönen Tag und einen schönen Samstag. Bis morgen. Tschüss. DER 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 DINCH